Herzlich Willkommen zu einer neuen Fitnesstagesaufgabe auf dem Kanal der DogRockers. Bei dieser Übung wird die seitliche Bauchmuskulatur deines Hundes trainiert und wie sie funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Also bleibt dran, bis gleich. Mit dieser Übung trainieren wir die seitliche Bauchmuskulatur bei deinem Hund. Es wäre von Vorteil, wenn dein Hund das Handtarget beherrscht oder alternativ einen Kochlöffel oder einen Tagestick als Gegenstand kennt, den er mit seiner Nase anstupsen muss. Natürlich kannst du auch ein Leckerli in deiner Hand halten und deinen Hund locken, aber es ist immer von Vorteil, wenn dein Hund auch ganz bewusst mitbekommt, was er gerade macht. Das ist mit Leckerli in der Hand nicht der Fall, weil er sich dann zu sehr auf das Futter konzentriert. Nun benötigst du noch einen Gegenstand, um den du deinen Hund herumführen kannst. Gib ihm dabei mit deiner Target-Variante Hilfestellung. Denke auch daran, beide Richtungen zu trainieren. Dies kannst du schön im Wechsel machen. Sobald du das Gefühl hast, dein Hund kann beide Richtungen gut, kannst du ein Wortsignal mit einbauen. Jeweils eins für jede Richtung. Am besten lernt dein Hund das Wort, wenn du es sagst, bevor du deinen Hund um den Gegenstand herumführst. Also Wortsignal, dann die Aktion und dann die Belohnung. Im nächsten Schritt machst du dann genau die gleiche Übung, nur ohne einen Gegenstand. Auch hier fügst du erst das Wortsignal ein, bevor du deinen Hund dann die Aktion ausführen lässt. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen und zusätzlich noch die Koordination und Muskulatur in den Beinen trainieren möchtest, kannst du deinen Hund diese Übung auf einem instabilen Untergrund machen lassen. Dafür kannst du auch erstmal ein großes Sofakissen nehmen. So und jetzt wie immer viel Spaß bei der Übung. Wenn du Fragen hast, stell sie mir hier gerne unter dem Video in den Kommentaren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat oder diese Übung gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du das erste Mal hier bist, dann abonniere den Kanal, drücke auf die Glocke, dann wirst du auch immer benachrichtigt, sobald ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Okay, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Dein Sven. Bis zum nächsten Video. 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 Untertitelung des ZDF, 2020